Bitcoin kämpft gerade mit den letzten übrig gebliebenen Unterstützungszonen. Wir sind auf 19.500 US-Dollar vorhin runtergefallen, aktuell bei 19.800 US-Dollar. Wir werden uns die Situation anschauen, denn es könnte wirklich gefährlich werden. Ich werde euch vor allem auch die nächsten Liquidierungszonen wieder zeigen. Gleichzeitig haben wir heute jetzt endlich den Ethereum-Merch erlebt. Heute Morgen war es soweit, da werden wir uns jetzt die aktuellen Entwicklungen mal anschauen. Es gibt auch große Fragezeichen bzw. auch negativen Entwicklungen, beispielsweise validierten nur zwei Adressen in den ersten Stunden 46% der Blöcke. Das ist jetzt natürlich Futter für die ganzen Kritiker, die dem Merch gegenüber sehr kritisch entgegenstanden. Deswegen werden wir da nochmal genau drauf blicken. Darüber hinaus gibt es auch eine Sicherheitslücke bei einem Tool für Private Keys auf der Ethereum-Blockchain. Millionen von Private Keys könnten betroffen sein. Da gibt es einen Report, der neu heute rausgekommen ist. Werden wir uns auch nochmal genau anschauen. Falls dir dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft wirklich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Heute Morgen war es soweit. Kurz vor 9 Uhr ist der Merch vonstatten gegangen. Jahrelang wurde darauf hingearbeitet und es wurde sehr oft verschoben. Jetzt ist es endlich soweit. Wir sehen auch schon, seit dem Merch wurden 200 Ethereum aus dem Supply rausgenommen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Deflation in den letzten Stunden. Wenn man sich aber das Supply Growth über das Jahr hinweg anschaut, die Projektion bis dahin, dann sehen wir, dass es immer noch 3,9% an Inflation geben wird in dem nächsten Jahr. Das kann sich natürlich auch alles hier ändern. Nichtsdestotrotz jetzt 200 Ethereum mehr geburned als hinzugekommen sind. Also das ist auf jeden Fall erstmal ein Vorteil durch den Merch, dass wir jetzt hier eine Deinflation haben. Nichtsdestotrotz ist genau das eingetreten, worüber wir auch jetzt hier, glaube ich, schon seit Wochen gesprochen haben. Der Preis wurde hochgepumpt und jetzt gibt es ein Sell-the-News-Event. Wir waren gerade zwischenzeitlich fast 7% im Minus. Wenn man mal den Markt im Gesamten mal anschaut, wird man auch sehen, dass hier Ethereum viel stärker abverkauft wird jetzt gerade als die anderen Altcoins, als Bitcoin. Also da performt Ethereum viel schlechter als der Markt. Aber das war, wie gesagt, auch schon wirklich abzusehen. Keine große Überraschung, wenn das für dich eine große Überraschung ist. Entweder bist du hier neu auf dem Kanal oder auch komplett neu auf dem Markt. Also das sehen wir immer wieder, dass solche Events, die vorher angekündigt werden, wo man eigentlich schon ganz genau weiß, es wird stattfinden, dann wird im Voraus gekauft. Und wenn das Event dann stattfindet, wird erstmal abverkauft. Wann die Trendwende kommt, wird natürlich dann auch davon abhängig sein, wann Bitcoin wieder die Trendwende einleitet. Ich glaube jetzt nicht, dass Ethereum aus dem Nichts jetzt hier wieder hochpumpt, während alles andere abverkauft wird. Vor allem, wenn die traditionellen Märkte abverkauft werden. Also da sehen wir ganz klassisch ein Sell-the-News-Event. Also das ist jetzt hier auch, wie gesagt, keine große Überraschung. Was ebenfalls keine große Überraschung ist, ist, dass die Miner jetzt natürlich irgendwo hin müssen. Und als erste Alternative kommt natürlich Ethereum Classic in Frage. Da läuft natürlich das Proof-of-Work-System weiter. Wenn man hier auf den Markt schaut, dann sieht man auch, einer der wenigen Ausnahmen ist hier Ethereum Classic im grünen Bereich. Und das war natürlich, was auf die Hashrate angeht, auch ebenfalls zu erwarten. Wir haben jetzt hier 280% neue Hashrate. Die wandern einfach rüber und wollen natürlich hier ihre Geräte weiter nutzen. Sonst würden sie nur rumstehen oder sie müssen die Geräte verkaufen. Jetzt bei Ethereum Classic. Es gibt auch einen Ethereum POW oder Proof-of-Work-Coin, der jetzt neu entstanden ist. Beispielsweise auf FTX gab es den Airdrop. Aber wenn ihr die Private Keys auf eurem Ledger beispielsweise habt, dann könnt ihr die vermutlich mal auch bei Ledger irgendwann auch sehen oder halt bei einem anderen Anbieter, wo ihr die Private Keys auch einpflegen könnt. Dann könnt ihr die natürlich auch abstoßen, behalten, transferieren etc. Also da sollte man auf jeden Fall einfach die eigenen Private Keys besitzen und dann fährt man da am sichersten, um dann auch solche Airdrops zu erhalten. Was allerdings ziemlich negativ ist, ist, dass nach dem Merch in den ersten Stunden 46% der Blöcke von nur zwei Adressen validiert worden ist. Und das spielt natürlich in die Karten der Kritiker, die jetzt sagen, durch das Proof-of-Stake-System wird das ganze System zentraler. Allerdings muss man da natürlich auch erstmal abwarten. Das sind erst die ersten Stunden jetzt hier gewesen mit diesen Stats, die wir jetzt hier haben. Das kann sich auch über die nächsten Tage nochmal ändern. Kommen nochmal neue Player hinzu. Nichtsdestotrotz müssen wir das auf jeden Fall auch mal langfristig begleiten und uns mal genau anschauen, wer validiert da die Blöcke, wer hat wie viel Macht. Denn sowas wollen wir ja genau nicht sehen, dass das System sich zentralisiert, dass wenige Adressen, wenige Entitäten die Kontrolle über das Netzwerk haben. Deswegen wird das halt sehr spannend sein zu beobachten, wie sich das jetzt im Ethereum-Netzwerk verhält. Was auf jeden Fall Fakt ist, das sehen wir hier an diesen Stats, wenn man sich mal anschaut, was auf Social Media jetzt los ist. Die Tatsache, dass wir jetzt natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf Ethereum haben und dass wir dadurch meiner Meinung nach auch jetzt in der nächsten Zeit immer noch eine hohe Volatilität sehen werden. Ich persönlich bleibe ziemlich locker, was das angeht. Also ich habe auch schon die Frage auf Twitter, glaube ich, gelesen, ob ich jetzt Ethereum verkauft habe wegen dem Sell-the-News-Event etc. habe ich gar nicht gemacht. Ihr wisst, ich bin fundamental immer noch am meisten überzeugt von Bitcoin. Daran ändert sich natürlich auch kurzfristig und auch, glaube ich, langfristig nichts. Nichtsdestotrotz habe ich auch Ethereum in meinem Portfolio, 25% in etwa. Und daran ändere ich auch erstmal nichts. Da bleibe ich einfach ganz ruhig und halte die Füße still und schaue mir das erstmal an, wie sich das Ganze entwickelt. Falls gut läuft, schön, falls schlecht läuft, schichte ich vielleicht dann nochmal umgegebenfalls. Was ich aber auch noch sehr interessant finde, habe ich auch auf Twitter schon geschrieben. Wir hatten jetzt eine sehr große mediale Aufmerksamkeit für Ethereum, aber jetzt glaube ich, dass wir da den Zenit erreicht haben. Jetzt mit dem heutigen Tag nach dem Merch wird, glaube ich, jetzt nicht nochmal zusätzliches mediale Interesse, vor allem durch den Mainstream kommen. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Und dann wird es halt genau wichtig sein, genau wie bei Bitcoin auch, nach dem Halving beispielsweise. Wir wirken Angebot und Nachfrage zusammen. Auf der einen Seite natürlich die Angebotsverknappung durch die Umstellung des Netzwerks, aber auf der anderen Seite ist natürlich dann auch die Nachfrage wichtig. Und wir haben jetzt hier kein Hopium-Event mehr, wo die Community noch irgendwie entgegenfiebern könnte. Natürlich gibt es noch jetzt weitere technische Schritte, aber dem Normalo, den interessiert das jetzt nicht. Also das wird auch in der nächsten Zeit dem Normalo nicht interessieren. Dieses Große und Ganze von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, das war interessant für die Leute. Aber jetzt kommt da nicht wirklich was Großes, wo die Leute am Ball gehalten werden können. Und das ist dann die große Frage, ob die Nachfrage dann stetig noch weiter steigen kann, damit der Ethereum-Preis auch steigen kann. Es wird eher wieder damit, glaube ich, einhergehen, dass dezentrale Applikationen natürlich drauf aufgebaut werden auf der Ethereum-Blockchain. Dann wird man wieder schauen müssen, wenn es wieder einen NFT-Hype beispielsweise gibt, wie sehen dann die Gebühren aus? Haben wir dann wieder hohe Gebühren und das Netzwerk ist für den Normalo wieder eigentlich nicht nutzbar? Dann müsste irgendwann die Erkenntnis auch reifen, dass das Netzwerk vielleicht für die breite Masse nicht tauglich ist. Aber das werden wir erst mit der Zeit sehen. In den nächsten Halbphasen sehen jetzt aktuell halte ich, wie gesagt, die Füße still und schaue mir das Ganze in Ruhe an. Dann eine kleine Warnung für diejenigen, die Ethereum-Adressen sich über Profanity generiert haben. Das sind wirklich Millionen von Adressen und OneInch hat hier einen Sicherheitsbericht veröffentlicht. Den kann man hier auch öffentlich einlesen. TheBlock hat das hier berichtet und es sieht danach aus, als gäbe es da eine Sicherheitslücke, wodurch Hacker die Private Keys herausziehen können oder herleiten können durch diesen Profanity-Tool. Und aus diesem Grund, falls ihr da irgendwie eine Adresse mit Profanity hergestellt habt, legt euch irgendwo eine neue Adresse an und holt die Gelder da raus. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann habt ihr auf jeden Fall jetzt hier nicht die Sorge, dass durch die Hacker jetzt hier das Ganze irgendwie zurückverfolgbar ist mit den Private Keys. OneInch schreibt auch nochmal im Detail, wie das Ganze abläuft und warum das jetzt hier ja hackbar ist etc. Aber da brauchen wir jetzt eigentlich nicht ins Detail gehen. Falls ihr das genutzt habt, macht euch einfach eine neue Adresse, egal ob es jetzt ein Ledger ist oder erstmal auf einer zentralen Börse. Auch wenn es da nicht langfristig liegen sollte, ich glaube, aber jetzt ist es auf jeden Fall die beste Maßnahme, einfach wenn ihr dadurch oder da die Adressen generiert habt, die Gelder rauszunehmen. Ich höre immer wieder, natürlich auch jetzt während des Bärmarktes die Aussage, Bitcoin erfülle seine Rolle nicht, Inflation ist hoch und Bitcoin fällt. Und dann wird immer auch der Vergleich mit Gold gezogen. Ja, Gold ist doch viel sicherer etc. Aber schaut euch mal diesen Chart an, habe ich auch auf Twitter heute noch gepostet. Zwei Jahre Stief, heute allein 2% im Minus Gold. Und das ist für uns vielleicht wenig, 2%, aber für Gold ist das echt schon eine heftige Bewegung. Und aus diesem Grund könnt ihr euch immer wieder den Gold-Chart auch rausziehen für die Experten, die dann meinen, ja, Bitcoin hat keinen Nutzen, weil er nicht inflationssicher ist und man eigentlich damit gar nichts machen kann etc. Ihr kennt das Spiel. Aber auch Gold kann seine Rolle als Gold nicht wirklich erfüllen. Wie gesagt, zwei Jahre Stief. Einziger Hype, wo Gold gestiegen ist, war eigentlich so die Sorge vor einem dritten Weltkrieg. Und das sollte auch nicht wirklich als Investmentziel sein, dass man nur davon profitiert, wenn es einen Weltkrieg gibt. Und ja, das könnt ihr euch hier gerne immer wieder herausziehen. Auch bei Gold läuft es nicht. In der aktuellen Situation, solange die Makrosituation die gleiche bleibt, bleibt Cash King. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn die Inflation so hoch ist, obwohl es so paradox klingt, ist es aktuell die Situation. Und aus diesem Grund habe ich auch noch einen hohen Cash-Anteil in meinem Portfolio, um immer wieder nachzukaufen, falls wir weiter runtergehen. Gestern haben wir noch bei den öffentlich gelisteten Minern gesehen, dass sie wieder akkumulieren, nicht in einer großen Menge, aber zumindest jetzt nicht mehr verkauft haben im Monat August. Jetzt gibt es aber anhand der Onchain-Daten auch nochmal eine negative Entwicklung, wenn man sich mal alle Miner anschaut. Also nicht nur die öffentlich gelisteten, die ihre Zahlen veröffentlichen müssen, sondern anhand der Onchain-Daten sehen wir, dass die stündlichen Einzahlungen der Miner wirklich sehr stark in die Höhe getrieben worden sind. Wir sehen immer wieder solche Spikes, aber so einen großen Spike haben wir in den letzten zwei Wochen nicht gesehen. Also auch da gibt es vielleicht einige Unsicherheiten. Die Hashrate ist auch nochmal zusätzlich gestiegen, obwohl die Preise fallen. Also das System ist weiterhin sehr stabil, sehr sicher, auch wenn die Hashrate fallen würde, das System oder das Netzwerk ist sehr sicher. Aber immer mehr Miner kommen dazu. Dadurch sinkt natürlich auch die Profitabilität. Und deswegen müssen sie vielleicht auch hier immer mehr verkaufen. Auf der anderen Seite sehen wir über den gesamten Markt hinweg, auf den Future-Märkten, ihr seht es hier in grün dargestellt. Grün bedeutet negative Funding-Rates. Und das bedeutet, es wird ordentlich geschortet auf dem gesamten Markt. Also nicht nur bei Bitcoin, nicht nur auf Binance oder den anderen Börsen. Also das zieht sich über den gesamten Markt hinweg. Und das bedeutet natürlich, dass man auch ein Potenzial dann hat, dass wir eine Short-Liquidierung sehen. Und wenn wir uns das mal anschauen in der Liquidierungs-Map, ich mache das mal ein bisschen größer, dass ihr das auch ein bisschen besser sehen könnt, sehen wir, dass wir jetzt verschiedene Zonen direkt über dieser Konsolidierungszone haben, die wir jetzt gerade sehen. Ich habe ja euch gestern noch den Volatilitäts-Trade gezeigt. Aber was man auch immer wieder erfahrungsgemäß sagen kann, ist, dass nach so einem großen Breakout, egal ob es nach oben oder nach unten ist, dass erstmal der Kurs konsolidiert. Jetzt sind wir in dieser Konsolidierungszone. Wir haben noch nach unten hin genau diese Liquidierungszone, die ich euch gestern gezeigt habe, abgeholt. Da wurden einige Positionen liquidiert. Ihr seht auch noch den Spike, wo wir da schon auf 19.500 gefallen sind. Dann sind wir hier weiter konsolidiert und jetzt haben wir hier oben verschiedene Liquidierungszonen. Die fangen hier bei 20.300, 20.400 um den Dreh an und gehen hier bis 21.000 US-Dollar hoch. Also wenn die traditionellen Märkte uns jetzt nicht noch weiter runterreißen und danach sieht es aber aktuell aus, wenn man sich das mal mit dem Nasdaq anschaut, immer noch hier sehr stark rückläufig. Es performt sogar ein bisschen schlechter wieder als Bitcoin, wenn man sich hier die Vergleichspunkte mal setzt. Jetzt zum Beispiel hier der 7. September, wo wir hier abverkauft worden sind. Der Nasdaq ist wieder in diese Zone reingelaufen. Da ist der Bitcoin noch nicht. Da erhalten wir noch die 19.500 US-Dollar. Aber wenn die traditionellen Märkte uns nicht runterreißen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir erstmal auch diese Liquidierungszonen bis 21.000 US-Dollar abarbeiten. Dass die Short-Position erstmal liquidiert werden. Vor allem die kleinen Anleger, die jetzt der Meinung sind, es geht jetzt hier die ganze Zeit runter. Die könnten erstmal liquidiert werden. Das könnte ich mir vorstellen, aber andernfalls, wenn die traditionellen Märkte uns noch weiter runterziehen, muss man auch ganz klar sagen, so viele Unterstützungen sind jetzt hier nicht mehr übrig geblieben. Ich blende mal hier den Nasdaq aus, dann haben wir auch ein bisschen, das ist ein bisschen übersichtlicher. Wir haben jetzt hier noch eine Unterstützungszone und ihr seht es hier auch mit dem Volume Profile hier rechts. Das Volumen ist sehr stark abfallen. Wenn wir das auch im Wochenchart uns mal anschauen, sehen wir auch, dass wir hier natürlich sehr wenig getradet haben unter diesen 19.000 US-Dollar. Da sind wir ja kurz nur runtergespiked, wurde wieder aufgekauft. Also da werden dann weniger Unterstützungen vorherrschen. Also das sollte im Idealfall dann irgendwann auch mal halten. Andernfalls kann ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich hier Richtung 15, 16 runterfallen. Und dann werden wir uns die Situation nochmal anschauen. Aber das wird wie gesagt abhängig davon sein, was die traditionellen Märkte machen. Ja, das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ja, lass gerne hier einen Daumen nach oben da. Das hilft wirklich sehr. Schreib einen Kommentar mit deiner Meinung zu den aktuellen Themen. Was sagst du? Wie wird sich Ethereum noch weiter verhalten? Wie siehst du die aktuelle Situation? Schreib gerne Kommentare, um auch dem YouTube-Algorithmus und da ein bisschen einen Tritt mitzugeben, dass er wieder angekurbelt wird. Das hilft wirklich sehr, wie gesagt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Ciao, ciao.